Hi Willi! Das wird ein Video für dich. Du hast uns gefragt, wo wir gerne mal hin würden und warum mit der Schmarag. Also ich würde gerne den Israel National Trail mal zum Teil erwandern. Der ist in seiner Länge 940 Kilometer lang. Das ist mir zu viel. Aber ich würde gerne mal so einen Abschnitt von 2-3 Tagen da oben von den Golanhöhlen bis vielleicht Haifa erwandern. Also ich liebe wesentlich lieber die Wärme als die Kälte. Das ist einfach genial, weil man innerhalb von ein paar Tagen dort, was ich so lese, von oben Schnee bis unten quasi Sommer hat. Und das kann man alles erwandern. Ich werde in die Videobeschreibung unten rein einen Link zum Wikipedia Artikel machen. Warum? Ich liebe das Land total. Einerseits habe ich schon gesagt, da kriegt man innerhalb von kürzester Zeit mehrere Jahreszeiten quasi durch. Und auf der anderen Seite ist es so schroff, so gegensätzlich. Und man kann sich innerhalb des Trails ganz gut auch versorgen. Also es gibt jeden Tag immer Möglichkeiten. Also man kann relativ mit leichtem Gepäck wandern. Man hat halt immer seine 4-5 Kilo Wasser dabei. Also lieber Outdoor-Willi und auch Indoor jetzt genesse ich hier meine Suppe. Also ein Brei aus Buchweizen mit Pilzen. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke für die Challenge. In diesem Sinne Grüße an die Hauptstadt. Tschüss.